Hallöle! Ja, da sind wir wieder mit Let's Play Assassin's Creed Unity. Rob Spear wurde festgenommen. Das heißt, es sieht sehr danach aus, dass wir mal wieder irgendwo einbrechen, um Rob Spear befreien zu können. Okay. Komm schon, Lillies. Das Ganze müsste jetzt ein bisschen... Was zum Teufel? Die waren von der Nationalgarde. Rob Spear ist es kurzer. Verdammt, wenn er entkommen ist. Nur keine Panik jetzt. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist. Ähm, da ist jemand. Elise. Was ist hier geschehen? Wir wurden überfallen. Truppen der Pariser Kommune greifen uns auf den Weg an. Sie wollten die Gefangenen befreien. Haben Sie Rob Spear? Ich weiß es nicht. Ich wurde im Kampf überletzt. Sie zogen sich dorthin. Zurück. Merci. Geht und sucht euch einen Arzt. Wenn Sie ihn noch haben, bringen Sie ihn bestimmt ins Luxemburg-Gefängnis. Doch wenn nicht, müssen Sie sich in der Nähe verschanzt haben. Sie kämen nicht weit, wenn sich die halbe Stadt gegen Rob Spear auflehnt. Ich gehe zum Gefängnis. Du folgst den Aufständen. Sieh, ob du eine Spur findest. Gut. Machen wir so Elise, mein Schatz. So, hier ist schon mal die nächste Woche. Da hat man jetzt wieder eine vage Richtung gegeben. Hier ist der nächste Wachmann. Da ist Rob Spear. Wir verfolgen ihn jetzt. Wir verfolgen ihn jetzt. Oh, und da unten ist gerade ein Massenereignis. Scheiße, aber ich muss erstmal an Rob Spear dranbleiben. So, hier ist Rob Spear wohl lang. So, natürlich den Waffen hier weiterhin ausweichen. Oh, пойоссain, wer hat das hier? Oh, 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 oh. Gott sei Dank seid ihr hier. Die Kommune steht hinter euch. Danke, S full. Eure Treuehe ist ehemahahft. Geht besser hinein, S hier. Die Soldaten des Konvents kommen bald. Ja, natürlich. Ich begebe mich in eure fähigen Hände. Ich begebe mich in eurem 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 Hände. Ich brauche ein Versteck. Ich sehe nur keins. Ich erreiche deine Fähne im Zungel raus! Verdammt, noch mal nur jemand! Sitzt du die Uhr einfach zu eng? Setz dir die Hose, ist gar nicht zu eng! Wo ist der hier? Ah, du Buster! Stand, schaut doch, du, wie er sich abgedacht hat! Du das, du Buster! So ein? Nicht, wirst du nicht los! So, zack! So... So... Na ja, werden wir auch noch finden... Erstmal ist er jetzt dran... ...hier! ...hier! Schlapp dich, fucker! Du verlierst ein Tempo, von einer... Verfluchte Berksige, er legt sie! Oh nein, deine gegen-evoluzionären Tage sind gezählt, du Hund. Oh nein, deine gegen-evoluzionären Tage sind gezählt, du wirst wieder 5-Jähriger, bald muss der Kumpel keine Kumpel mehr abfeuern. So. Hier ist eine Tür. Die werde ich jetzt schön knacken. Zwei, drei. Zwei. Zwei. Und jetzt zum Vergnüglichen Teil. Ich werde mir eure Reste von der Schuhsolle abraten. Ich hab's doch eben schon irgendwo blitzt, da ist Robespierre. Ah, toll, wie kommen wir denn jetzt an ihn ran? Ah, ich seh den Weg noch nicht, aber den finden wir. Praktisch ist das hier gerade ... ein Händler angezeigt wird, der nicht da ist. Scheiße. Ah, jetzt verstehe ich auch den Sinn dieser Tür. Die ist eigentlich, wenn man von hier kommt, zu knacken. Damit man dann nämlich hier die Wachen ausschalten kann. So, und dann ist er nämlich noch fällig. Damit sich hier hinter dieser Tür dann Robespierre findet. Nun nicht mehr. Wo ist Germain? Wir haben nicht viel Zeit. Wo ist Germain? Ich werde nie reden. Dann schreib. Hahaha. Die hat aber ein paar gute Methoden. Der Tempel. Ich jetzt will es auch sagen. Dann genießt eure Revolutionsjustiz, Monsieur. Ergreif ihn! Ergreif ihn! Alles klar. Wir haben aber das mit nicht in einen Kampf geraten irgendwie nicht geschafft. Egal. Wird dann nochmal wiederholt. Robespierre ist gefallen. Und nach einer kurzen Unterbrechung wird es dann in die nächste Mission gehen. Ah, ich habe das Anfang mit dem Rennen, glaube ich, verpeilt. So, aber schön ist, wir sind Legende der Assassinen. So, Massenereignis 37 von 40 ist beendet. Wichtig ist natürlich jetzt erstmal einkaufen. Es ist immer wichtig, erstmal die Vorräte aufzufüllen. So, scheint als wenn ich hier durch das Fenster an eine Truhe herankomme. Ich gucke einfach mal. Das wird mir aber keiner angezeigt. Vielleicht dann doch die Etage tiefer hier. Irgendwie nicht. Komisch, komisch, komisch. Aber dann muss sie ja hier irgendwo sein. Vor allem, ich höre sie ja hier auf. Oder ist sie noch höher? Ah, guck mal, da kann man noch eine Etage höher das Fenster hinein. Was, denke ich mal, richtig ist. Guck mal, da sind auch die Wachen. Das heißt, die Truhe ist hier. Oh, sogar nur eine einfach verschlossene. Ist ja nun mal gar kein Akt. Zack. War nicht viel. Ah, da rennt unser Massenereignis. Merdär. Scheiße. Nun gut, kann ich jetzt nicht ändern. Ich kann mich jetzt nur auf den Weg begeben. wo wir könnten einmal im Theatree vorbeischauen. Ach, Quatsch. Das machen wir später. Ähm. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity wieder. Ich fülle jetzt eben noch mal die Vorräte auf, werde noch mal ein Bierchen aufmachen, mal eben Pipi machen gehen, damit wir dann die nächste Mission in voll und ganz ohne Störung, ohne Unterbrechung einfach genießen können. Oh, guck mal, ein Massenereignis. Den Verbrecher töten, da sind wir doch in der Optimalposition. Schönes Attentat von oben. Ah, war ja nicht schwer. Es wäre jetzt schön, den Satz noch zu Ende zu kriegen hier. Auch schon mal sehr schön ist, dass hier ein Händler ist. Ich hätte gern eingekauft bei dir, mein Lieber. Ich schaue mal in die Fähigkeiten rein. Schleichen kann ich was kaufen. Nämlich den Gemeinschaftssinn, den kaufe ich aber später. Ich mache jetzt erst mal hier den Nahkampf voll. ja. Ja. Hier war eine Truhe, die nehmen wir doch direkt mit. Ich brauche einen Haufen Geld noch für meine Ausrüstungssachen. Können wir uns auch mal ein schickeres Mützchen kaufen können. 3000, das ist nicht verkehrt. So, schön wäre jetzt einfach noch diese Messenevents zu kriegen. Hier wird eine Kokad angezeigt. Zack, und wieder mal eine. Na, wir sind jetzt gerade irgendwie Jäger der versteckten Thun. So, er ist gefallen. Der Dicke daneben auch. Die Truhe dürfte damit dann uns gehören und in unseren Besitz übergehen. Finde ich sehr schön. Knacken wir sie doch direkt mal. Eins und zwei. Sehr schön. 1500, die nehmen wir doch gerne. Geld ist schließlich Geld. Das scheint eine der Stadtgrenzen zu sein. Das Geld stapelt sich schon in der Theatree. Ich brauche noch Massen-Events. Leute, gebt mir doch mal welche. Mein Gott. Kann da jetzt auch nicht so schwer sein. Massen-Event. Massen-Event. Ähm. Jawohl. Ich habe dann wohl gerade einen Bug gefunden. Ja, wir sind komplett durch die Spielwelt gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Bis dahin, mein Lieben, euer Marogia. まヒ spatiale Pießer glowst intensive. Bis dahin, mein Lieben, wir sehen uns zum Glückبيbugisch. 直ab. Alles klar.